Ladies and gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2 TDFLP, euer GDG am Start, wie immer. Und wir sind jetzt bei Mass Effect angekommen an irgendeinem Plattform-Rätsel. Wir müssen jetzt die Plattform so verschieben, dass wir... Oh, das ist das Plattform-Wizze? So. Ja, ich glaube, wir haben es geschafft. Yeah, wir sind smart. Wir sind smart-Cookies. Sicher, sicher, Jungs. Du hast den Deaktivierungsschalter, aber erstmal hackieren wir den... Moment, hier. Erstmal hackieren wir den Laptop. Äh, wir brauchen grün, grün, weiß, orange, blau. Bats, da machen wir... Weiß, orange, blau. Bats. Und wir brauchen weiß, unterst... Und wer ist da hinten? Okay, sehr gut. Sehr gut, wir haben das gut gemacht. Ist hier noch was? Nein. Okay. Aufheben der Anregelung der Anlass-Station akzeptiert. Dann glaube ich nicht, dass es schon vorbei ist. Da dachte ich mir bereits. Und da ist der Haken. Ich wusste doch, dass es zu einfach war. Knall. Dann los, abmarsch. Wie los geht's, Jungs. Waffeneinsatz. Si, Senor. Waffeneinsatz. Waffeneinsatz. Das ist ja einfach zurückgelaufen, oder? Warte, noch muss ich eigentlich hier kommen. Noch den Pack. Ich stelle von hier so blühen, fahrt Nervig Ich muss fast spielen Stimmt, der konnte jetzt Ich weiß nicht, was ich gut Ich weiß nicht Ja Ja Der ist ein Down Der ist so stark, dass du Der ist auch ein Down Die haben halt auch geklaut, schau Nee, nee, nee Der ist so stark Easy Jungs, easy peasy Level squeezy Ein bisschen wrecked Geist, aber einfach Unlucky, dass die auf uns gebrochen sind Yes Die haben in den Knopf 1 bis 6 geordnet Ich zünde sie an Solo Gute Reise Nein, den hatte ich nicht so Wenn ich mich schüttere, weil da einfach noch stärker war Wenn ich mich schüttere, weil da einfach noch stärker war Oh 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 Geht langsam die Pony raus, Jungs Ich bin nicht mehr mit der Mission Bitches Okay, der ist all down Das ist schön, dass es unter Quarantäne steht Das ist schön, dass es unter Quarantäne steht Das erfüllt mein Herz mit voll Okay Dissert Well Sondern Hör Dissert 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 Du ш afgattest Ganz viel Mann Dissert 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 Keiner Wiener! Wir haben uns erschossen und alle sind erfunden! Das war ein richtiger Overkill jetzt hier auf dem... richtig... 40 Headshots hab ich hier, ne, mindestens. Ich hab kein Unierstes Ding. Danke sehr, Mann. Oh, wasser ist der? Oh, dort. Da jemand dort? Oh, wasser ist der? Tid shit, bittes, tight shit. Holy crap. Okay. So now we're good to go. We're good to fucking go. Boah, gleich kommt's zum Super-Gap. Wann haben wir ein Boni für unseren... Sie haben uns gesehen. Was? Da sind noch mehr... Oh, es ist ein Rocketatcher. Wir haben ihn auch nicht alle ja auch. Oh, das ist ein Rocketatcher. Genau wie es ist. Alter, das ist hart hier. Geht down, b***h! xD 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 Alter xD 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 Ich hab's geschafft! Ja, ich glaub schon, du bist ein 2k, oder? Natürlich weggesnaked! Also ich seh keinen mehr Ich glaube, wir können gehen Ich glaube, wir haben es geschafft! Jawohl! Jawohl! Wir haben es geschafft! Ja! Jawohl! Good job, guys! Well done! Ja, nice! Das gefällt mir gut! So, jetzt gehen wir wieder zu dem anderen Spast! Kommander, Sie haben es geschafft! Die Abregelung ist aufgehoben! Sie können jetzt in die Atlasstation einbringen und diesen Albtraum beenden! Sie müssen noch einen Serverraum finden, um das VI-Experiment zu beenden! Viel Glück! Moment! Da! Nein! Die geografischen Bedingungen deuten auf eine ästhetisch wertvolle Aussicht in der Nähe hin! Organische Lebensformen möchten sich das möglicherweise ansehen! Wo ist ich hin? Nicht da hin? Nicht da hin! Mann, hab ich doch gekauft! Ich hab's schon wieder da hin! Ich weiß nicht, wo ich hin muss! Was ist hier an der Station? Was ist hier an der Station? Initialisiere Notfall Reset! Das war also richtig falsch! Jetzt müssen wir hier lang! Jetzt müssen wir hier rechts! So und jetzt müssen wir uns jetzt immer noch nicht helfen, ich dachte das war eine Hauptmission hier. Wenn das eine Nebenmission war, Well Played Mass Effect, Well Played. Wir brauchen Liegeteil brauchen wir nicht, wir brauchen den und den. Zwei Punkte. Wieso kann ich hier keinen Punkt treiben? Oh, jetzt kann ich Brand Munition lernen. Gut, 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 gut. Spektakulär. Sie sind also Dringkommander, gut. Allerdings bekomme ich hier einige beunruhigende Werte. Die VE versucht ihr Programm hochzuladen und zwar direkt von ihrer Position aus. Begeben sie sich zum Serverraum und fahren sie den Kern runter bevor ihr... Angeplag 155,2 Jahre lang war der Zustand passiert, das hat sich heute geändert. Wattde... 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 Was ist das hier oder was? Oh, wir haben mehr gekämpft Was? Zersitzungssimulationsstab Eure Reset des Fahrstuhls durch Wir verstehen nichts Ebene 3 erreicht Ha? Ebene 5 erreicht Ebene 7 erreicht Ja Hä? Was ein Rätsel was ich jetzt einfach Lockerflock ich geschafft habe Holy fuck Holy fuck Holy fuck Bam Bam Ich muss meine Waffe wechseln Holy fucking shit Huh Nun Ich hab schon jetzt Da war ich kurz geabt Was ist denn da dann da mitmachen? Was ist denn da mitmachen? Ich lass mich noch mitmachen Auf dierésentw penso Das sind da mitmachen Die Spуже Die Späder sind dann Das nehme ich mit. Warnung, Bremssystem offline, erhebliche Verletzungsgefahr. Das ist klasse, hier gibt es Muni, das ist gut, soll man hier alles aufbauen, hier verhacken wir. Grün und mit weiß. Weiß, orange, blau. Sehr gut, hier gibt es Kredits für uns. Gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Keine Panik auf den Titan. Gehen wir mal weiter. 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 So Welches allein ne? Oh shit Was ist das alles nur virtuell oder nicht? HAH virtuell Alter, wenn wir mich so rushen, kann das nicht problematisch werden Weil wenn ich den dann Evo umgebe und die dann nicht befallen haben... Shit Was ist das? Gar nicht Der Roboter sagt hallo! Eureka David Du kannst Wunder vollbringen David Ich möchte, dass du dem Geth befiehlst, einen Schritt nach vorn zu machen Wie macht er das? David ist ein mathematisches Genie Sein autistischer Geist versteht die Sprache der Geth in ihrer Grundstruktur und ahmt ihrer Phonetik nach Die Zuweisung von Bedeutung ist dann für sein fotografisches Gedächtnis nur noch ein Klacks Er ist buchstäblich ein menschlicher Computer Und sie glauben wirklich, dass er mit dem neuralen Gessen als Zwerg italieren kann? Absolut Ist das überhaupt sicher Doktor? Es kann nicht schaden das herauszufinden Okay Ladies and Gentlemen Die Pelikaner Wir chillen jetzt erstmal hier kurz Und in der nächsten Folge geht's weiter Und wir werden jetzt David endgültig auseinander zwiebeln Weil Emil richtig auf den Sack geht schon Haut rein Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal